Nee. Das ist besetzt. Ey. Wenn ich keins hab, kriegst du auch keins. Okay, wenn der sich eine Schlafkurier macht, brauch ich aber auch eine. Morgen geh ich mir auch ein Schaf holen. Okay, viel Glück. Hast du keins übrig gelassen, oder wie? Alle. Hab alle getötet. Alle Schafe. ganzen Welt. Gebringt dein Bett auch nix, wenn ich keins hab. Nee, nicht wirklich. Haha. Egal. Hauptsache kleine Bude, ne? Ja, genau. Okay, dann komm ich jetzt mit angeben. Jawohl. Du hast fortgeschrittenes Handwerk erzählt. Das hast du gebaut. Ja, ich hab eine Crafting Bench gebaut, ja. Ganz alleine hab ich das geschafft. Was ist denn? Meine Crafting Bench, ja. Wow. Du gönnst mir auch gar nicht. Ich wollte da auch ein Schlafzimmer hinbauen. Nein, nein. Hier ist besetzt. Ich log einfach irgendwann den Creeper zu dir rein. Ah! Da hat's mir den Boden, äh, äh, unter den Füßen weggezogen. Wortwörtlich, ne? Na, nein. Wie? Danke. So fies. Du hast kein Batman mehr! Wie? Du hast ja kein Batman. Oh, hast du mir das jetzt echt geklaut? Ja. Das war echt fies mit dir. Du tust ja auch immer meine Autorität untergraben. Aber ich bin mal nicht so. Dankeschön. Also die ersten Nacht haben wir schon überlebt. Das war ein bisschen einfach. Ja, schon irgendwie. Ich habe sogar Monster gesehen. Oh mein Gott. Wow, Monster. Was ist das? Was ist das? Ich mach nichts Böses. Will dich hoffen. Wieso ist das da jetzt hingemacht? Was ist das denn? Aber du hast ja doch noch Wolle! Wo? Da auch die Fackel dran hängt. Ich sehe keine Wolle. Dann kann ich mir das Bett ja doch nehmen, wenn du mir nichts abgibst. Ich habe nur eine Wolle, die hängt hier. Du hattest vier, jawohl. Ja, genau. Genau. Ich habe erst mitgedacht und dann habe ich es mir anders überlebt. So was. So was. Boah. Betting wood. Krass. Oh mein Gott. Was ist denn Wollens? So. Als wenn sie echt süß nicht hin auch bei mir ein Schaf irgendwo übrig gelassen ist. Viel Spaß. Kannst du lange suchen. Boah. Dann mach ich das. Okay. Also ich finde ich da nicht mal mehr Zucke. So bitt dir auch nichts oder Filzucke mit. Filzucke? Mhm. Aha. Ja. Irgendwann vergammelt dein Fleisch immer nicht lecker Pilze. Äh, Pilze. Ja, wenn dann schon interessante Pilze. Das sind ja Fliegenpilze. Da bin ich gespannt. Auf meine Fliegenpilze? Oh ja! Mhm. Creepa! Ach so. Wie lange schlebt denn das Viech? Oh, es ist tot. Also hier zwischen den Bäumen ist es ganz böse. Echt? Also da, ja, in meinem Textchapeck sieht man die Creeper dann kaum. Von der Farbe. Ja, das ist selber schuld, ne? Wie ohne. Ich hab das einfach drin gelassen, dass drin war. Ich hau jetzt den Pilz mit der Federn. Hier sind wirklich keine Schafe. Ja. Hast du mir nicht geglaubt? Ich bin so wunderschaaaf. So. Dein Avatar verstört mich immer noch. Es grinst mich an. Es zuckelt. Ja, die Animation wurde nicht perfekt. Fies ist es ja. Ich glaub der passt so wie er ist. Er ist verstörend. Ja, klar. Jetzt hab ich endgültig. Ich weiß nicht mehr wo ich bin. Scheiße. Oh, hier sind Schweine. Oh, du hast einfach die Tür offen gelassen. Ja. Willkommen in der Aufnahme, Wasamoon. Hallo. Also da kommt da rein, sag nicht mal hallo. Hey, wie viele Sachen blumen sind denn das? Ich wollte eure Aufnahme nicht stellen. Mach nichts. Aber es ist eh zu spät. Hi. Na, wie geht's? Du hättest ja nix sagen müssen, dann hätte mich keiner gehört. Doch. Wollt ihr euch auch den Ton an. Warum habt ihr auch den Ton an? Weil. Hallo in Frames Aufnahme. Und meine. Hallo in Rias Aufnahme. Wir spielen Minecraft. Ja, natürlich. Minecraft spontan. Und was macht ihr da spontan? Überleben auf dem Spiel in Survival. Hallo in der Aufnahme. Ich frag mich echt, ob wir es schaffen heute noch in der Aufnahme zu sterben. Die Creeper habe ich ja auch unbeschadet überstanden. Jawohl. Hallo in der Au... Ach so, Überraschungsgäste sind nie verkehrt. Was, ich bin Gast? Und das ist ja nicht so. Das kostet. Die Gage beträgt. Die Gage beträgt. Die Gage beträgt. Ich bezahle dich doch mit Bildern. Bissens noch. Ach ja. Ich sag nur ein Laufbackbild. Also die haben das T-Shirt auch schon verschickt irgendwie am Samstag. Du musst eigentlich jetzt morgen ankommen. Was? Wie passt? Das ist richtig gut, das wir vielleicht auch irgendwie haben. Das Laufbackbild? Ja. Mach dir doch ein T-Shirt. Okay. Das muss man auch mal zu bestellen. Boah, das wird richtig... Ja. Hast du jetzt Wolle gefunden? Nein. Natürlich nicht. War ja nix. Nix Wolle. Hätt ja sein können. Ich hab Pilze und Blumen. Was spielt hier denn? Einfach nur? Minecraft auf Hard. Survival oder... Einfach nur? Ja, wir wollten eigentlich Ultra-Hart, aber das ging hier irgendwie nicht. Weil wir mussten ja spontan den Server... What the fuck? Auftreiben, was war das? Hahahaha. Alter Schwede. Das sind ein paar Gase-Büchen. Hahahaha. Gase. Hahahaha. So kann man das auch nennen, ja. Hahahaha. Hahahaha. Wirklich ne Zelle hier, was du da hast. Ach, warum? Aber irgendwie ist es... Zu... zu ungefährlich gerade. Ja, es ist voll lame. Okay, wir haben Rüstungsverbot, ja? Ach so. Ja, okay. Hab ich jetzt mal entschieden, weil... Weil... Lame und so. Hm. Ja, doch. Bin ich auch für. Was habt ihr eigentlich früher auf Twitter gemacht? Seid ihr denn bescheuert? Hahahaha. Ich hab nur geschrieben, hier, Blaze, und dann hat sich's verselbstständigt. Hahahaha. Ich bin doch alle. Hahahaha. Hahahaha. 74.000 Nachrichten in innerhalb von 5 Minuten. Hahahaha. Gar nicht so viel. Ich glaub 30. Hahahaha. Hahahaha. Die 74.000. 72.000. Hahahaha. 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 Was ich die ganze Nachrichten gerade gelesen habe, dachte ich mir auch lustig, ja. Hahahaha. Dann wollte ich noch was dazu schreiben und gemerkt, man hat ja ne noch 10 Zeichen übrig. Mehr kann man ja nicht mehr schreiben. Hahahaha. 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 Ja, wer zu spät kommt. Hahahaha. Hahahaha. Na ich lass euch mal alleine hier bei eurem Minecraft Projekt. Ok. Hahahaha. Wenn der Frame dann gleich mal irgendwann kommt, äh, der Frame, hm, genau, hm, der Blaze meine ich, dann, äh, wird er auch noch bei euch reinplatzen, wahrscheinlich. Ja. 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 Schaut auf meinen Kanal vorbei, ne, wenn ihr auch schon hier zuschaut. Genau. Bis später. Bis später. Ihr wisst schon wo. Genau. Bis später. Genau. Wir brauchen nicht mehr lang, sind eh gleich tot. Achso. Oh, Rathamoon, du kannst es tun. Hallo. 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 Oh, jetzt wollte ich hier zubauen. War ich im Weg? Nein. Oh nein. Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Benchmarking, oha. Hast du auch eine eigene Werkbank gebaut? Ja. Ich bin auch lauffaul. Wir sollten eine Nacht Monsterjagd Tour veranstalten. Einfach nur weil. Einfach nur weil wir sterben wollen. Hm, nein wir könnten ja, vielleicht brauchen wir ja, ähm, ähm, Knochenmehl. Achso ist das. Aha. Das wollte ich jetzt gerne Spawnschiffe. Schau auf. Hm, nein. Okay. Boah. Boah. Achievements. Achievements. Oh Gott, jetzt hagelte Achievements. Der hat uns den Platz geklaut. Oh nein. Vielleicht ist der heimliche Gast des Projekts. Auf einmal ist er weg. Der schweigende Gast. Wow, ich habe eine Höhle gefunden. Hast du reingefallen? Oh, ein Skelett. Ich hab's. Ja, wir wollten ja Knochen. Ach, hast du meine Treppe weiter gemacht. Hier ist auch noch ein Indermann. Und ich bin tot. Der ist der Mann, der so viel lachen kann. Hm? Ist nicht im Ernst. Der macht mir einfach 5 Herzensschaden mit einem Schlag. Ähm, ich glaube ich hab gewonnen, oder? Ich guck mal, ob ich ihn totkriege. Was war das? Wo ist denn der? Ich dachte du machst nen Scherz. Oh, da ist er. Hast du ihm in die Augen geguckt? Nein, hab ich nicht. Au, au. Oh ja, der macht wirklich 5. Boah, halte Friede. Angst. Das heißt, ich hör ihn noch, aber ich weiß nicht, wo der ist. Wo ist denn der? Oh Gott. Stirb. Wo ist der? Ich hab der nicht gesehen. Ja. Das war's. Aber ja, das war's. Friede hat gewonnen. Ich lauf jetzt hier grad nochmal so durch die Häuser, was wir alles geschafft haben. Boah, wir haben ein wunderschönes Haus gebaut. Ja, und beim ersten Feinkontakt haben wir einen... Ja. Genau. Klein beigegeben. Oh Gott. Aber das Haus wird schön. Ähm, ja. Wie geil ist das denn? Ey, der ist irgendwo hinter mir gewesen. Ja, okay. Das war unser... Ey. Spontan-Dingsbums-Hardcore-Projekt. Ihr habt gesehen, wir haben voll abgelost. Wie lange haben wir überlebt? Halbe Stunde. Okay. Hey, wir haben zwei Folgen geschafft! Yay! Also, ähm, mal schauen. Vielleicht machen wir ja wieder irgendein spontanes Projekt. Ähm, das sind wir relativ... Dann müssen wir dann gegeneinander. Genau, dann auch mit. Die Papier und so. Genau. Ich werde... Dann werde ich verlieren. Hä? Weiß ich nicht. Schauen wir mal. Okay, dann sagen wir hier an der Stelle auch Tschüss und danke fürs Zuschauen. Tschüss! Tschüss!